Ja, irgendwie dann doch altes Berlin, auch so ein bisschen so eine Verbindung zu meinen früheren Jahren hier und weil ich da auch schon viel geschrieben habe, auch so ein Stück zu Hause. Durchhalten. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber wir sind bei Facebook befreundet und ich verfolge das alles mit. Ich denke, dass sehr viele Leute hier an ihn denken und auch Leute wie ich, die ihn gar nicht persönlich kennen und nicht einfach durchhalten, nicht brechen lassen. Ich weiß auch nicht, wenn wir alle nicht so bescheuert wären. Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, auf die kann ich nicht, auf die habe ich keine Antwort. Vielen Dank.